hallo und herzlich willkommen zu transport riva 2 bei kenner spielt freies spiel testen heute mal was unsere mods werden wir einstellen ja ich weiß ich spiel das spiel das erste mal aber ich habe das öfters auch offline gespielt oder ist mir wohl egal gewesen ruhig ruhig warten bis das spiel wieder weiter läuft ja ich weiß ich bin zu dumm dafür viel scheiß davon aber egal ja ich weiß aber ich weiß nicht was zustande macht mir geht's gut und ich muss dabei warten bis das spiel startet wird mal die blöden geräusche ich bin zu spiel ich bin zu spiel das spiel von ein Cutterbild basteln. Ich habe schon die Städte vorbereitet, die ich jetzt verbinden kann. Ich werde eine Bahnlinie von Wien nach Wien Neustadt machen. Okay, das nervt mich. Gebäude, Bahnhof, Twin Station. Acht. 20 wären gut. Aber... Trost. Hochgeschwindigkeit. Hoppala. Es ist ein schönes Bauprojekt. Schnellen vom Schirm. Kleine Keine Keine Keine. 0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0. Eingang mit Schümlich. Oh und das gleiche ist zu klein Ja so, wenn wir was kaputt machen tut mir leid Entschuldigung Kumpelskirchen, ich will wirklich niedrig drücken Ich werde ein bisschen was dran machen Ja, ich würde es klapp machen, aber hat es gemacht Ich habe das Geld dafür Ein Spiel, was kostenfrei ist auch für mich Wir werden vielleicht eine Staffel machen von dem Spiel Aber ich muss auch bei den anderen Spielen normal Irgend auf YouTube Knopfel was bearbeiten Ok Hier Und das ist ein Fisch Und das ist ein Fisch Ich werde es niederdrücken. Ach so! Ich sollte aber platt machen. Das hat ja viel Arbeit. Um eine Bandstrecke zu eröffnen. Ich möchte, dass das Bübel abgedrückt wird. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wong an oh man was ist da los na funktioniert nicht also So... Oh, komm Kleise, komm Baby, komm Kleise. Komm Kleise, komm Kleise, komm Kleise. Komm Kleise, komm Kleise, komm Kleise, komm Kleise. Komm Kleise, komm Kleise. Komm Kleise, komm Kleise. Untertitelung. BR 2018 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 gehen. Das ist wirklich scheiss. Aber wirklich so, ich mag das nicht. Wie soll unsere Wirtschaft dann davon leben? Ich halte mein Leben. Die meisten sagen, ich scheiss auf halte. Ja. Wir sind schon bei der 28. Minute. Ich würde es mal sagen, wenn es euch gefallen hat. Dann ist es zu schauen. Lässt mal gleich da und ciao.